und willkommen mein name ist an die europäer und ich begrüße euch zurück zu let's play king der markt 3 wir sind an einem ort der nennt sich der ehrgang des löschen wir sind auf den pfad der entfremdung und ja gestern gestern also vielleicht vielleicht gestern je nachdem wann dieser part rauskommt im letzten part meint ich haben wir ein bisschen gegen schatten durch gekämpft in dämonen wellen dämonen türme und so und dämonen tun muss ich immer ein foto machen und ja wir sind jetzt hier der kampf zwischen den sieben lichtern und in 13 dunkleiten hat begonnen und ja da ganz hinten sehe ich schon jemanden irgendjemand steht da am kopf sagt sich war weil er kann ja so auf dem kopf stehen da ist jedenfalls sehr nord keine ahnung ich will aber erstmal gucken was das hier ist ne kampftor rang ja möchte ihr gegner warten interessen so möchtest du ich den kampf stellen klar warum nicht weil ich nehme an wir bekommen irgendwie ich bin nur level 38 und ich habe ganz schön auf die schnauze bekommen im letzten part also ja ja vielleicht nicht so falsch ein bisschen hier zu leveln wir sind übrigens alleine google donald sind nicht da die halt mit jens zit die ganzen schatten durch hier auf während sieben wichtigen charaktere vorausgehen und es mit den mit der wahrenorganisation aufnehmen vielleicht mal mein neues schlüssel schnell ausprobieren sternlicht okay cool schlüssel ok genau gleich wie kürzer länger ja 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 und sie geht übrigens auch neu ich möchte gerade wo besteht es die zweite form es ist hier super morgen daum musst du in der oberkomm ungefähr ist herr du schwein ok hat der exakte kampf den rico und mit gemacht haben oder bin ich mir jetzt ein geschafft okay aber lass mich raten ich dachte hat wir hier na wohl die fokus sternlich bündnis recken rock der soviel dazu hat wohl geschafft das gut speichern machen und gehen wir auf diese zwei figuren die da ganz hinten und zwar los die sind da am kämpfen gott was muss man jetzt aussuchen gewinne ich erkämpfe wenn hat man da hinten lag sehen luxor sam dass sie da war sehr neue trikot sick bahn der anze ist das da kommen wir mal daheim ich muss ja wenn ich nicht da durchgehe ok gegen die organisationsmitglieder auf einmal kämpfen gegen mehrere hat war krass keine ahnung sichtbar und so will ich mir schon für später auf waren da war malu schnell ich jetzt diesmal bin naja was geht nach ich konnte gar nicht ein foto machen von aldat die ganzen ersatzmitglieder er war nur micky ich ging alle von den kämpfen dann komme er habe ich schon gefragt wie er lösen oh gott oh gott wenn der voll hat free for all ok blitz bringt nichts gegen sie war ja klar also kämpft hat doch gegen alle awesome und diese angriffe auf damit lag sehen alter was jetzt los ok also gemacht ja ja ist ja 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 das ja es hat ich es hat die 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 Oh nehm. Zahra, eine letzte Spiel. Die Regeln sind einfach. Alles, was du hast, ist, um zu gewinnen. ist find me among these cards and strike me down na gut vielleicht will ich auch erst mal gegen euch kämpfen da war schon wieder mein tricks aber ich kann die gar nicht angreifen da was am wacke das war keine markt 2 die organisationsversuch oder ich kann ja eigentlich verschieden aber wird man nicht so viel schaden er geht mal aus dem weg hat das hat für alle gezielt soviel dazu war schon für die sort of games das stimmt ging der marz ja was das wild card you've earned it hang on to it could turn the tables play against some day when we're just guys i should like that very much sorry okay da war schon für ihn schon sagen wenn wir als so kleine mini boss irgendwie behandelt ich habe irgendwie gut drauf hier jetzt alter du bist definitiv sehr viel nerviger als malusia oder die machen mich ja fertig ich komme nicht an die heran vor dem wir mich überraschen wenn sie die form schon das kommt bei ja fällig diese dieser voll broken diese form so gut war ich kann mich irgendwie ja nicht befreien aus dem dingen bei dieser angriff und mickey kriegt die ganze zeit nur verflüsse dann ist das irgendwie neue organisationsmusik hier ist aber unnervt zu kämpfen ich krieg den rhythmus bei ihren angriff irgendwie nicht raus woher habe ich gedacht die hat wird von 1 noch mehr aber ist doch ganz schön hart acy ein w hh wir haben das diese kann wir Ich habe mich verloren, zu ein paar Verletzungen wie du. Aber könnte es besser sein. Ich bin der Gezer's Heart Tank. Nein, danke. Dann warum er helfen? Hm. Ich war wirklich nur für den Ruhigen. ok je nachdem oh gott ich bin ja tot und jetzt gut man hat er jetzt andere muss weil er irgendwie ok welche anderen beiden jetzt erledigt hat okay das war mal interessant also je nachdem in welcher reihenfolge man die erledigt erinnert sich hat da ist der mutige mal zwei wer malo schafft so einer ist nicht so schwer gott danke ganz ja luft blocken eine art von anderen fallen sehen da geht auch bis ich da aus chain of memories oh so now it all comes back to me hey is that a real laugh yes my heart is remembering how to feel ok immer wenn man ein erledigt kommt direkt mit kratzen und so verstehe das war gut weiß nicht wie komme ich zurück zum speichelpunkt komme ich überhaupt zurück zum speichelpunkt ich glaube nicht mehr jetzt kommen wir direkt so an seinem ort heißt dass wir kämpfen gegen sich war gleich und ich will noch nicht so schnell erledigen komm schon der musste hauptwiese ich der der serie seien so wie ich da prophezeit habe aber gut damit sagen ich bin dem bad hier und in der nächsten folge sehen wir uns dann wieder wenn wir gegen eine andere bande von organisationsmitgliedern kämpfen ja und die parts werden ein bisschen kürzer aber ich muss sie halt entsprechend so kürzen finde ich ja dankeschön fürs zuschauen und da 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 da